Oh, Willu, ist das der Rest vom Nudelauflauf? Meinst du, der kann mal Nudeln schon probieren, Willa? Willa? Oh, guck mal, wie zart. Ach, wie fein. Nur eins? Ja, nur ein bisschen, Leute. Nicht, dass ich irgendjemand da, gell? Aber der hat doch jetzt so auf die Nudeln geguckt. Ach, guck mal, wie zart das vom Gebelchen knabbert. Ja, ist der Papa wieder ein bisschen. Ja, aller guten Dinge sind drei. Da liegt auch Annie auf dem Boden. Die kann man ihm noch geben. Oh, ja. Lenny, da ist jetzt der Kopf. Jetzt ist er wieder weg. So, das ist die letzte. So, also, mein Nudelauflauf scheint auch dem Hund zu schmecken. Jo, Leute, wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Tschüss. Einen guten Appetit für euch später. Tschüss.